Spitex Burgdorf Oberburg ist die öffentlich anerkannte Organisation mit medizinischem, pflegerischem und hauswirtschaftlichem Fachwissen. Spitex heisst Förderung der Lebensqualität, Halt und Sicherheit im Alter und bei Krankheit, Tag und Nacht. Dank dem umfassenden Wissen der Wundexpertin erfolgt eine möglichst komplikationslose und rasche Heilung der Wunde. Die würdevolle Betreuung und Begleitung von schwerkranken und sterbenden Menschen ist das Ziel der Spitex palliative Begleitung. So viel Hilfe wie nötig, lautet auch der Grundsatz der Hilfsmittelstelle. Wir unterstützen auch in der allgemeinen Haushaltsarbeit. Hilfe zur Selbsthilfe ist unser Motto.